Wo bleibst du? Guck mal hier, was ich mit dem Goblin hier unten gemacht hab. So geht das. Ich bin da jetzt eingeschmissen. Das muss ja nicht immer so brutal sein, ne? Niemals. Ich bin da in die Wasser her. Was für ein lustig aussehender Fels. Kusche, eine Dudus. Verzieh dich. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung angefangen hat. Du bist genau in den Pfeil reingespungen. Ja. Ich wechsle mein Schild gestimmt. Okay. Du bist mit dem inevitable. Achso, hier ist ein Hebel. Ja toll Mach nochmal den Hebel Ja und versuche das irgendwie zu stabilisieren Wieso willst du das eigentlich so machen Erstens klappt das runter und dann würde das auch unterfliegen Ja wird auch nicht sofort, du hast dann Zeit Immerhin Wir haben jetzt einen Levelaufstieg Wie kam man denn nochmal ins Menü? Warte, 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 weg da Ich will den Platz machen, ich will den Platz machen Da kommt noch einer Ich weiß was Ich mache die beide jetzt die Platte Ich muss gerade mal gucken Kosten vier Toll, ich habe nur einen Abenteuer Ach, das ist von dir Ach, das ist von dir Ach, da oben ist so ein Rad Ach, das ist von dir Ach, das ist von dir So, alle erledigt, glaub ich. Ne, hier noch einer. Ah, ne, der ist Ton. Ne, der ist nicht. Ja, oder so. Ne, der ist nicht gekickt, wurde. Ich bin dagegen gesprungen. Äh, ich bin schon drüben, und du? Na, du bist offline? Äh, nein. Bei mir steht, ich finde, das Spiel verlassen. Äh, okay. Spiel wird beendet. Äh, Fungion hat das Spiel verlassen. Super! Okay. Äh, naja, gut, müssen wir eben kurz ein neues Spiel machen. Null Freunde online sind bei mir. Ne, doch, da ist ein Spiel. Nur mal starten jetzt, aber... Ne, nicht von vorne. Ich mach einfach nur, äh... Ich weiß nicht, letzter Speicherstand müsste ja jetzt der letzte sein, also... Ja, da waren Speicherpunkte dazwischen, klar. Ich hoff's zumindest. Nicht, dass wir jetzt wieder vor dem letzten Boss stehen, oder? Ja, da haben wir ja zwischendurch gespeichert, und so. Ja, zwei, die Tourist der Wildnis. Ich höre jetzt einfach mal... Okay. Das Blabla hatten wir schon mal. Ne, an der Stelle... Ach, das mit diesen blöden Rohren. Was für ein lustig anlutender Ort. Auf die Schlange. Wie war'n das jetzt? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaub, wir mussten da irgendwie hoch. Äh, ich bin tot. Ja, wir haben's geschafft. Irgendwie ist mein Ingame-Sound lauter geworden. Ein gigantrisches, gekrillte Schwein, hoffe ich. Wir sind diese seltsamen Leute. Ich behalte sie besser im Auge. Der Trim hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht. Wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren... Doch ahnten sie noch nicht, dass... Wieso hat'n der gerade alles, was ich gelesen hab', übersprungen? Freu' ich nicht. Ich hab' auch überspringen gekriegt, weil eigentlich... Ich hab' auch überrascht. Nichts, ich hab' auch untertitelt. Oh, ich habe einen Goblin damit getötet. Oh oh. Ja, ich glaube da kommt ein Goblin zu dir. Joa, schon. Joa. Ja, ich habe ja auch noch was gefunden. Was denn? Oh, ich bin wieder ganz runter gefallen. Oh, ich komme da nicht hoch. Oh, ich muss das Ding hier bewegen. Steck du mal drauf. Ah, okay. Steck mal drauf. Jo, hab's. Aber da oben ist noch mehr, warte mal. Das ist zwar so ein Rad, weißt? Aber ich kann das nicht bewegen. Gib mir mal kurz den Zauberer, bitte. Oh. 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 Da regnen Sachen. Öh. Was ist los? Der hat doch grad irgendjemand was geworfen, oder? Ja. Oh mein Hammer. Ach... Was ist das immer so verwirrt, ey? Aua! So ist es besser geworden. Ekelig, die Grütze. E... Eh... Ich treff den nicht? Okay. Äh... Oh, ich glaub der ist verwacht. Ja. Dann lassen wir ihn halt hier irgendwie... Die Grütze nach oben drauf. Okay. Die Grütze nach oben drauf. Ow, ow, ow! Fuck. Ich bin jetzt schon drüg. Ich hab ne Idee. Ja, blockier's mit dem Stein, oder so. Ja. Ja. Ich hab's dann hier nochmal. Ja, aber wie willst du jetzt eigentlich da durchkommen? Hm... Gute Idee. Gute Idee. Warte mal, lass mich... geh mal du zuerst durch. Willst du hinterher kommen? Ja. Wie willst du hinterher kommen? Ja. Pass auf. Ach, ist. Ich könnte versuchen das vielleicht höher zu blockieren mit dem Stein. Naja, das geht auch nicht. Aber ich kann's verlangsamen damit. Du musst wieder ein bisschen basteln hier, ne? So, ich bin grad lieber geflogen. Wie unten ist irgendwas mit Feuer. Ja. Mit... Dings nirgends? Ja. War da unten irgendwas? Nö, irgendwie nicht. Ja. Ja. Ja, also. Ja. 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 Ja, właśnie. Ich hab da gewissen Erfolg oder so irgendwie schon. Ich hab sie, Surf-Champion. Hast du ihn auch bekommen? Ne, geh mal raus da, ich will fliegen. Du musst es stabilisieren. Ich kenn's ja nicht, äh, ich kenn's ja nicht zaubern und bewegen während ich drauf sitze. Nein, stabilisieren mit links und rechts Lauch. Soll ich, soll ich mal eins machen? Was, das war ja, wie, das war nicht lang genug? Vielleicht hast du den Erfolg auch schon. Natürlich sein. Äh. Äh. Oh, oh. Nein, das muss ich mit dem Hochschwingen wieder machen. Ha. So willst du auch die, die bin? Du musst ja auch irgendwie anders gehen, oder? Theoretisch. Oh, geht auch so. Ah, okay. Äh, höher. Super. 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 Auf. kąst du Waaah Achso, du machst das so Kiste für Kiste und so, ne? Ja, ich komm da nicht anders drauf Ähm, danach komm mal auf das Rad hier hoch, okay? Komm da nicht hoch, so Ich bin auch einfach hochgesprungen Ich bin da hochgesprungen Achso, hier oben, da kann man drauf stehen, okay Jetzt mach mir hier mal so eine Plattform und so Ja, jetzt fliegst du runter, du Held Wieso hast du das Rad nicht da gelassen, wo sie ist? Na, komm, komm Hier so, oder was? Ja, und hoch bitte, höher Ich muss da hoch Da oben ist was? Oh, da Okay Was?